Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir auf die sogenannte Wagner-Linie eingehen. Wie sieht sie aus, woraus setzt sie sich zusammen und welche Wirkung hat sie überhaupt noch, diese Befestigungsanlage, die gerade von den Wagner-Söldnern im Donbass gebaut wird? Wenn wir uns die Karte anschauen, sehen wir hier, wo die Linie gerade gebaut wird. Dies hier sind Lysischansk und Siviero-Donetsk. Hier ist Krimina und die Befestigungsanlage soll also hier entlang nach oben gehen und dann dem Fluss, dem Sivierski-Donetsk, folgen, um diesen nach Norden, das Kerngebiet der alten, ursprünglichen Volksrepubliken, sogenannten Volksrepubliken, zu schützen. Also dieses Gebiet, was ursprünglich bereits von den Russen besetzt war, seit 2014, 2015 und was jetzt von den Russen auch annektiert wurde. Diese Anlage wird gerade gebaut und wir haben dazu ein paar Videos, die wollen wir uns mal anschauen. Hier können wir sehen, ich mache mal das Video aus, ist stumm, weil da die Lautstärke, der Ton eventuell ein Problem ist. Also was wir hier sehen, ich kann mal zwischendurch immer wieder pausieren, was wir hier sehen, sind sogenannte Drachenzähne. Das sind Betonbefestigungen zum Stoppen von Fahrzeugen und Panzern. Was wir hier sehen, ist ein Panzergraben. Das heißt, das ist ein Graben, in dem der Panzer aufhalten soll. Das dient nicht der Deckung, sondern sozusagen als Barriere. Hier sehen wir, wie sie weiter installiert werden. Wir sehen eine Linie davor, die Panzergraben aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Richtungen. Wie gesagt, das Ganze im Bau. Wir sehen hier zwei Reihen aus diesen Drachenzähnen, die gebaut werden. In manchen Aufnahmen kann man am Rand noch Schützengräben sehen, aber wichtig, diese beiden Kerne, Kernelemente dieser Befestigungsanlage hier sind ein Panzergraben und Drachenzähne. Wir haben hier ein Video von Befestigungsanlagen von weiteren. Hier sehen wir, wie sie einen Schützengraben anlegen, die Wagner-Söldner. Und was hier auffällt, ist, dass sie zum Teil offensichtlich vorgefertigte Betonbefestigungen haben. Dies hier wird wohl ein Bunker sein. Die Dicke ist natürlich etwas schwer einzuschätzen und auch die Qualität etc. Von daher würde ich zu einem späteren Zeitpunkt nicht wirklich sagen können, wie viel Schuss beispielsweise eines Kampfpanzers nötig wären, um diese zu zerstören. Hochexplosivmunition, ob da bereits ein Schuss reicht oder mehrere notwendig sind. Aber wir sehen also, das sind garantiert vorgefertigte Elemente, die vor Ort hingebracht werden. Und ansonsten sehen wir, wie sie hier Grabenarbeiten machen. Und dann schauen wir uns hier mal die weiteren Aufnahmen an, die man aus der Umgebung noch sehen kann. So, hier sehen, wir können klar erkennen, zwei Reihen von Drachenzähnen, die aufgelegt, aufgebaut werden, um eben russische, ukrainische Fahrzeuge, Kampffahrzeuge zu stoppen. Und das hier ist jetzt interessant, das ist ein MDK-3. Das ist eine spezielle Pioniermaschine, die zum Ausheben von Panzergräben da sind. Wir können den mal im Hintergrund jetzt ein wenig laufen lassen. Panzergraben funktioniert so, ein Panzer hat nur eine gewisse Distanz, die er einen Graben überqueren kann, bevor er sozusagen nach vorne überkippt. Und gleichzeitig hat er nur eine gewisse Höhe, an der er sich hoch schieben kann, mit der Kraft seiner Ketten, mit dem Motor, um dieses Objekt zu überqueren. Und der Standardpanzer, den die Ukrainer benutzen, ist der T-64BV. Und der kann Gräben bis zu 2,7 Meter überschreiten und Höhenhindernisse bis 80 Zentimeter überschreiten. Die MDK-3, wie wir hier sehen, die wir sehen, die kann pro Durchgang, pro Grabenvorgang 1,75 Meter Tiefgraben. Und dabei ist die Grabenbreite 3,5 Meter. Das heißt, ein einziger Grabenvorgang reicht bereits, dass ein ukrainischer Panzer nach vorne kippt, in den Graben hineinfällt und dann nicht mehr aus ihm herausfahren kann. Das heißt, das ist eine, können Sie am besten, könnte man das mit einem klassischen Burggraben sozusagen vergleichen. Hier soll wirklich durch ein Graben einfach das Durchfahren von Panzern verhindert werden. Hier haben wir jetzt noch eine interessante Aufnahme, die uns ein bisschen was über die Qualität dieser Befestigungsanlagen anzeigt. Und hier sehen wir, können wir anhand von Menschen sehen, wie klein die sind. Die gehen eben nur in etwa bis zur Hüfte. Also kann man grob sagen, einen Meter oder weniger. Und gleichzeitig kann man sehen, die großen Abstände dazwischen. Was Sie hier sehen können, oder konnten, glaube ich, hier, können wir es gut erkennen, dass eben Hakenösen im Prinzip eingegossen sind, damit dieses Kranfahrzeug die Drachenzähne anschließend platzieren kann. Das Video ist ansonsten nicht sonderlich interessant. Und dann schauen wir uns hier nochmal die BTM-3 an, in diesem Falle, wie sie gräbt, wo sie hier Grabenanlagen anrichtet. In diesem Fall ist das ein Grabfahrzeug für Schützengräben, die Sie an der Breite erkennen können. Also was die Russen hier anlegen, ist eine Befestigungsanlage. Und dann kommen wir zu den Bestandteilen. Drachenzähne sind in etwa sowas hier. Und hier können Sie sehen, eine Anlage aus dem deutschen Westwall vom Zweiten Weltkrieg. Und da werden Sie sofort einen drastischen Unterschied erkennen zu diesen Aufnahmen hier, wenn Sie sehen, zum einen sind die Zähne viel dichter und zum anderen sind sie eingegossen und befestigt in Beton am Boden. Und hier haben wir ein Beispiel aus Schweizer Drachenzähnen, die sogenannte, ich glaube, Toblerone-Sperren heißen, die wir so ein bisschen wie die Schokolade aussehen. Und hier sehen wir viel größere und ebenfalls wieder sehr dichte. Also hier besteht ein großer Zweifel, ob diese Zähne überhaupt dicht genug sind. Um die Ukrainer wirklich zu stoppen. Aber das sollte man nicht falsch verstehen. Hier haben wir übrigens einen Tschechen-Igel, der hier, das ist eine Ausnahme, eine Aufnahme aus dem Krieg jetzt, zu Beginn des Krieges aus Kiew. Hier werden einfach drei verschiedene Stahlelemente auf diese Art und Weise verschweißt. Diese Panzersperre wird im Allgemeinen als besser angesehen, da sie viel flexibler ist, leichter zu bewegen ist. Und gleichzeitig, auch wenn sie umfällt, praktisch immer aufgerichtet bleibt, durch diese kreuzförmige Anordnung, wie es geschweißt ist. Kommen wir mal zu der Funktion. Wenn wir uns fragen, wozu dienen die überhaupt? Befestigungsanlagen haben viele verschiedene Intentionen, werden aus verschiedenen Gründen angelegt. Das kann zum einen Einschüchterung sein, Demonstration von Macht etc. Also viele sekundäre Effekte. Aber zwei Haupteffekte bestehen. Das ist, den Gegner zu verlangsamen und die eigenen Truppen zu schützen. Und hier ist wichtig, was ich gesagt habe. Es geht nicht darum, den Gegner zu stoppen, sondern es geht darum, ihn zu verlangsamen. Denn keine Befestigungsanlage, egal wie gut sie ist, kann den Gegner stoppen. Nichts, keine Mauer ist hoch genug, dass man sie nicht überklettern kann. Kein Bunker dick genug, dass man ihn nicht mit genügend Granaten sprengen kann. Erst recht in Zeiten von hochwertigem Sprengstoff etc. Kein Graben breit genug, dass man ihn nicht vollschütten könnte etc. Das heißt, wofür sind diese Anlagen gut? Und hier können wir eine sehr gute Vorgehensweise sehen. Hier sehen wir, wie sie angelegt werden. Wir haben zwei Reihen von Drachenzähnen. Dann haben wir einen Panzergraben dahinter. Und hier sind dann die Schützengräben mit den Soldaten darin. Und die Situation ist jetzt diese. Die Idee dabei ist es, nicht etwa die Ukrainer völlig zu stoppen. Nichts davon kann die Ukrainer stoppen. Das Ganze ist in etwa, hat es den Wert wie ein Minenfeld, wäre mit einem Minenfeld vergleichbar. Als Laie stellt man sich ein Minenfeld vor, dass es unmöglich macht, es zu überqueren. Aber de facto führt ein Minenfeld nur dazu, dass man verlangsamen wird. Es sei denn, es wird verteidigt. Denn in dem Moment, wo die ersten Minen detonieren, weiß ja der Gegner, dass Minen dort sind und kann dann beginnen, die Minen zu räumen. Diese Drachenzähne hier, die können gesprengt werden. Die können mit Pionierfahrzeugen beiseite geräumt werden. Wir sehen hier, dass sie relativ klein sind. Ich habe gelesen, ein Kubikmeter Stahlbeton soll 3,4 Tonnen haben. Das sieht mir nach deutlich weniger als einem Kubikmeter aus. Also haben wir vielleicht ein Gewicht von zwei Tonnen. Eineinhalb vielleicht sogar nur. Da besteht sogar die Chance, dass ein Kampfpanzer die beiseite schieben kann mit einer Räumschaufel. Sogar eine ziemlich realistische Chance. Ein Pionierfahrzeug sollte keinerlei Probleme haben. Und wenn wir diese Gräben anschauen, selbstverständlich ein Pionierfahrzeug mit einer Schaufel vorne, kann einen solchen Graben einfach zuschütten oder eine Rampe hineingraben und dann wieder eine Rampe hinaus, sodass der Panzer es einfach durchfahren kann. Was bringen also diese Anlagen? Nun, die Idee dabei ist, wenn die Ukrainer jetzt hier vom Norden kommen und treffen auf diese Reihe, werden sie extrem verlangsamt. Entweder in dem Moment, wo sie auf diese Anlagen treffen, müssen sie stoppen. Kleinere Fahrzeuge, wenn diese Zähne dicht genug sind. Und ich vermute, das sollte dicht genug sein, dass hier Radfahrzeuge nicht durchfahren können. Also es wird knapp, aber es sollte vielleicht reichen. Kleinere Fahrzeuge können diese Drachenzähne sicherlich nicht beiseite schieben, wenn wir jetzt so an Geländewagen denken. Wahrscheinlich auch die kleineren gepanzerten Radfahrzeuge und die kleineren Schützenpanzer dürften hier nicht einfach hindurchstoßen können. Hier würde mindestens ein Kampfpanzer nötig sein, der die beiseite schiebt, was den gesamten ukrainischen Vormarsch in diesem Moment zum Stoppen bringt. Hier kommt dann eine zweite Linie, wo sie wieder verlangsamt werden, wo sie wieder gestoppt werden, bis sie die Hindernisse beseitigt werden. Dann haben sie den Graben, den sie erst einmal zuschütten müssen. Und das Wichtige dabei ist, hier ist dahinter die gesamte Zeit eine Linie, in der logischerweise Verteidiger sitzen mit Panzerabwehrwaffen, mit Maschinenwaffen etc., sodass Pioniere nicht einfach aussteigen können und gemöglich Sprengladungen anbringen können. Und jedes ukrainische Fahrzeug muss an dieser Stelle verlangsamen, muss an dieser Stelle stoppen, um eben auf diese Hindernisse zu reagieren, um diese zu umgehen, um diese zu beseitigen. Und dabei wird es langsam. Und je langsamer ein Fahrzeug ist, desto leichter ist es natürlich zu treffen, was es dann Panzerabwehrwaffen oder Schützen mit Panzerabwehrwaffen in diesen Gräben hier extrem erleichtert, diese einzusetzen und die Ukraine hier zu bekämpfen. Also um es mal zusammenzufassen, diese Linie dient nicht, man darf es sich nicht vorstellen, dass irgend so eine Linie generell dazu geeignet wäre, den Gegner zu stoppen. Sie dient dazu, den Gegner zu verlangsamen, ihn dazu zu zwingen, auf diese Hindernisse zu reagieren. Teilweise hat man mit solchen Hindernissen auch, erzeugt man bewusste Kanäle. Das heißt, man lässt Öffnungen und der Gegner fühlt sich dann natürlich dazu verleitet, in diese Öffnungen hineinzufahren, um diese zu benutzen. In diesen Öffnungen, auf diese, das weiß man ja vorher, um diese Öffnungen kann man dann mit einer besonderen Konzentration von Abwehrwaffen bedenken, sodass die Fahrzeuge, die da durchfahren, dann anschließend aus allen Richtungen beispielsweise beschossen werden können. Also diese Anlagen hier dienen vor allem der Verlangsamung eines ukrainischen Angriffs und damit eine Erleichterung der russischen Abwehr. Undurchdringbar sind diese nicht, selbst wenn sie noch massiv anwachsen, aber sie werden den Ukrainern mit ziemlicher Sicherheit Probleme bereiten, denn solange hier hinten noch russische Soldaten sind, solange können die, die Ukrainer dabei stören, diese Hindernisse zu beseitigen. Die Hindernisse selbst sind zu beseitigen, das ist kein über die Maßen großes Problem, gerade wenn wir uns anschauen, wie klein beispielsweise die Drachenzähne sind. Und wie gesagt, diese Gräben, die gegraben werden, die kann man mit einem Pionierfahrzeug beseitigen. Theoretisch geht es vielleicht auch mit Sprengladungen etc., dass man einfach die einstürzen lässt, den Graben, um ihn dann so zu durchfahren. Aber weder kann man die Sprengladungen anbringen, noch kann man gemütlich mit Pionierfahrzeugen herumfahren, wenn man die ganze Zeit im Feuerbereich von befestigten Stellungen ist, die wir hier eben sehen, wo wir hier dann sehen, dass beispielsweise die aus Bunkeranlagen und aus Schützengräben heraus auf einen wirken. Das ist also zusammengefasst nochmal, diese Anlage dient, diese Verteidigungsanlagen dienen der Verlangsamung eines ukrainischen Angriffs. Sie sind überwindbar, aber sie erfordern eine Reaktion der ukrainischen Seite und erleichtern damit ein russisches Wirken auf die ukrainischen Angreifer. Und damit sollten sie im Normalfall höhere Verluste erleiden und die Angriffe schwerer machen oder aber die Ukrainer dazu verleiten, lieber an anderer Stelle anzugreifen, weil dies natürlich bekannt ist und weil die Vorbereitung eines solchen Angriffs dort dann eben erschwert ist. Das nur so als grobe Einordnung, weil es immer wieder die Fragen gab, was bedeutet diese Linie eigentlich, was kann die, wofür ist die gut? Ich habe Ihnen hier die verschiedenen Bauteile erklärt und eben, wie gesagt, ich hoffe, ich habe das auf zufriedenstellende Art und Weise für Sie richtig eingeordnet, damit Sie erkennen können, was von so einer Linie eigentlich zu halten ist. Das war es von meiner Seite. Ich möchte an dieser Stelle herzlich allen Unterstützern des Kanals danken. Dieser Kanal wäre ohne Sie nicht möglich. Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung. Wenn auch Sie unterstützen möchten, finden Sie die Möglichkeiten natürlich dazu in der Beschreibung. Und ansonsten können Sie den Kanal auch damit unterstützen, wenn Sie an Gefällt mir drücken. Und wenn Sie diskutieren, was halten Sie davon, von solchen Befestigungsanlagen? Ist das noch zeitgemäß oder glauben Sie, das ist völlig überdimensioniert oder unterdimensioniert? Ist das hier eher der Moral denn einer tatsächlichen militärischen Wirkung? All diese Diskussionen können Sie helfen natürlich auch mit dem Algorithmus, wenn Sie dort in den Kommentaren, wenn Sie mir Kommentare hinterlassen. Das alles hilft dem Video. Und ansonsten möchte ich natürlich jeden einladen, der noch nicht Abonnent ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und wenn Ihnen die Lageberichte gefallen, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden. Und vergessen Sie nicht die Glocke, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn der Kanal mit Freunden und Bekannten geteilt wird, damit er weiter wachsen kann. Das war es von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank.